Yo guys, ich wollte mich nochmal bedanken, jetzt haben wir endlich die 50 Abos und hier eine kleine Ankündigung. Wie ich werde ein 50 Abos Special Q&A machen. Auf den folgenden Plattformen könnt ihr mir schreiben. Den Discord werde ich unten verlinken, falls der Link aber dann abgelaufen ist, könnt ihr mir einfach in die Kommentare schreiben, dann schicke ich euch einen neuen Link. Dann Instagram, Instagram Selly BLP, wie ihr auch von Pokémon 2 Silver wisst, selber Name, selbes Profilbild. Dann natürlich halt noch auf YouTube unter diesem Video könnt ihr mir einen Kommentar schreiben. Und ich werde dann auf eure Fragen eingehen. Dann würde ich sagen, das war es mit meiner kleinen Ankündigung und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich in einer Woche mit dem Q&A.